Vielleicht gibt es im Ferien jetzt wirklich auf. Vorsicht, Commander. Einzelziel auf dem Weg voraus. Ich sehe zwei Stoßtrupps. Einen am Bunker, der andere patrouilliert am gefallenen Kampfläufer. Unter Arbeit, Agent. Sie übernehmen. Einmal Sie, bitte. Was dauert es so lang? Die Lautung ist kaputt. Die Explosion hat alles dicht gemacht. Kriegst du es auf? Ich glaube schon. General Sudo hat ja echt was abgezogen. Ganz ehrlich, allzu viel gibt es da drin bestimmt nicht zu bergen. Wir wissen die erst, wenn wir drin sind. Ich hoffe, dass es das Ende des Krieges ist. Sag mir das. Die Schaltkreise sind durch. Ich versuch's mit einer manuellen Überbrückung. Elektroschock, los! Kann ich vielleicht irgendwie helfen? Nein, Mann! Es ist vermeint. Bunker gesichert. Leute! Ich höre! Untertitelung des ZDF, 2020